Hi Leute und recht herzlich willkommen bei unserer kleinen gemütlichen letzten Geschichte. Ähm, ja, was müssen wir eigentlich tun? Wir müssen eigentlich gar nichts tun. Ah doch, wir sollten zurück zur Bar, richtig? Das können wir jetzt natürlich gut machen. Nein, nein, so, Karte, Arena, Nope, Zentralplatz, Taverne, yay! Mal schauen, was uns in der Taverne erwartet, unserem Safe Haven. So, und der da draußen feiert auch schon, ganz alleine. Der arme, man sollte niemals alleine feiern. Hi. Indeed it does, Seren. And if I happen to have a little love affair, I want it how I like it. And that's on the rocks. None of these franches, letters and dainty dances. Yeah. Wait, I don't think we're talking about the same thing. Nein, tu dir nicht. So, wir können dich schon mal vorweg nehmen. Dagrun's always carrying a sword he never uses. What's up with that? Oh, it's something me and Dagrun bought when we first set up our band of mercenaries. That sword's like the first step on the road to our dream. Fair enough, but how can we never uses it? We were pretty young when we bought it. At the time we didn't realize it's actually just a ceremonial sword. Au. Haha. But Dagrun calls it our treasure. And always keeps it in good nick. You two really are close. Yeah, I mean, he has just... Yeah, he has just... Yeah, he has just... Yeah, he has just so... ... ziemlich strafbar made for this... Ugh, okay. Tip. Ähm, here is probably not... No. Yay, music. Puh. Sollen wir mal schauen, ob der Junge noch da ist? Nö. Nicht da. Ist ja auch noch... Äh, guter Betrieb draußen. Wieso soll der da auch in seinem Zimmer sitzen? Sip. War das überhaupt Ariels Bruder? Dachte ich eigentlich. Äh, egal. Hier ist niemand. Und die Zimmer sind leise. Oh mein Gott, die Abdichtung ist ja... ... richtig gut. Äh, da kann eigentlich... ... auch niemand drin sein. Och, wir haben immer noch unser Zimmer. Wir wohnen doch gar nicht mehr hier. Bin ich immer noch hier schlafen? Nein. Okay. Komisch. Na ja. Wenn die uns unbedingt ein Zimmer reserviert halten wollen, dann kann man die natürlich nicht aufhalten. Ah, dann gehe ich mal wieder. Hier scheint alles erledigt zu sein. Das heißt, es geht wohl wieder zurück ins Schloss. Ich hätte jetzt eigentlich auch gleich die Karte benutzen können. Diesen Ladescreen hätte ich mir sparen können. Der geht auch noch recht lange. So. Karte. Bam. Ähm. Klippenpfad? Ach, da kann man auch hin. Okay. Habe ich jetzt nicht gedacht. Sternenturm. Cool. Und Kampfgebiet, Meereshöhle. Man kann jetzt wirklich alles besuchen. Das ist super. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, ob wir das jemals tun werden, aber... Definitiv cool. Mal schauen, ob es hier jetzt im Schloss weitergeht. Ich hoffe ja mal. Ah. Master Zayle. Count Argonen wünscht, dass ich euch an den Schauspielern spreche. Okay. Gehen wir mal mit. Damit ich mich nicht wieder am Schloss verirre. Okay. Wow, der Mond sieht schön aus. Das ist die Garak's main base of operations. Judging von der recenten Attacken auf Lazulus, ich will sagen, dass sie gut vorbereitet werden können. Aber mit der Lazulus-Kanon auf unserer Seite, die Krieg ist sicher. Zayle, wenn du deinen Schauspielern zeigen kannst du dir in dieser Krieg, dann glaube ich, dass du dich verstehst. Count Argonen, über Kalista. Ich spreche nicht nur von Kalista. Ich werde dich ein Schauspielern machen. Ist das nicht dein Schauspiel? Ähm, ja, eigentlich schon. Oh ja, das glaube ich. Und dann ist es passiert. Und dann ist es passiert. Geilige Sequenz. Ich dachte, wir wären schon Ritter geschlagen worden, aber nee, nee, wir waren erst. Das ist aber nicht gut. Das ist aber gar nicht gut. Oh Gott. Das kann ja was werden. Das ist mal ein anderes Schlachtspiel. Oder das ist ein anderer Krieg. Einen, den man nicht unbedingt führen möchte. Was ist das? Es gibt niemanden hier, sondern die Schauspielerinnen. Ha 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 ha. Das sind so Angst, dass sie bereits geblieben haben. Das wird Spaß machen. Geil alle die Geräte. Nein, tu das nicht. All right, love. Didn't know you were over here. Can I tag along? It's boring on my own. Knights or not, they're still scum. Killing civilians is not something I could do, I'll tell you that. Yeah. Good. So, this is a garak city, eh? I say city, it's just a bunch of rocks. Ugh, something reeks. Smells like... What were they saving all this up for, eh? Oi, don't you touch that. I found it first. Er, think again, my friend. Back off. No, no, I said think again. I got here first. Hey, don't you push me. It's just like back then. They take the land, their families, their lives. They just take and take from those powerless to resist. Der Kreis des Hasses. Oi! No need to argue over such a pittance. Off to the castle! Hahahaha! They're, they're no different from common bandits. Just give these noble political types a sword and this is what they do. They cut down women and kids while they harp on about pride and honor. Yes, apparently. The city had fallen all too quickly. Now the Lazarus Knights had to pursue Zangarac. They began their final objective of invading the central keep. Deathly silence fell over the devastated city. A sail took his first steps inside the keep. Oh je, I feel like that would not like that would not like that. That would not like that would not like that. That's Zoras. They look at least like that. How is it underground? Nothing but civilians, sir. Hey! Hey! We haven't got all day. Move! All we wanted to do was live in peace. Some of us were just children. But they destroyed our village. Out of selfish greed. Zayu, come on. We can talk about this as much as you want afterwards. Just keep your mind on getting this done for now. Then we can get out of here. Danach kann man nicht mehr reden. Ich glaube, wir bräuchten hier einen ganz bestimmten Helden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Kreis des Hasses rauszubrechen. Aber wir haben leider keine neuen Schwänze. Und nicht die Kraft dafür. Aber sowas, man. Ist gut, Sirene. Danke, dass du uns aufheitern willst, aber das bringt leider auch nichts, wenn wir hier gerade unschuldige Leben nehmen. Oh je. Hier habe ich gedacht, dass der König des Garak war. Er ist nichts, aber ein wunderschön. Jetzt ist dieser Kontinente unser Haus. Kapitän, vielleicht sollten wir dieses Kastel als eine Reward für unsere Däden. Genau. Es wird ein schönes Winter nach Hause, wenn ich zurückkehren. Please, stop it. All they wanted to do was live in peace. How could they hurt all those people so easily? How? I think we're going to keep that in a long time. Now back to business. Finish up and we can get the hell out. Finish up? Tausende Menschen töten und dann einfach verschwinden? What? Oh God. How can these creatures be called knights? What would General Astar say? You saw? Are these the knights you so aspire to be like? Ah, Kalista hatte recht. Kalista hatte wie immer recht. Oi, Nukid. Go and check that door there. It might be more Garek riding through that way. I cannot entrust this to you alone. I will join you. No, Zael! Don't leave me here with laughing boy. Ja, ja, wir werden uns die Sache mal annehmen. Oh. Okay. Da haben wir wohl wieder Gesellschaft. Ja, gute Frage.